Ewigkeiten kein Yu-Gi-Oh! mehr gespielt und ich bin gerade zurück aus der Uni nach meiner Prüfung und habe total Bock mal wieder eine Runde zu spielen. Es ist echt Monate her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Also ich habe keine Ahnung, ob mein Deck überhaupt gerade funktionstüchtig ist. What the hell? Ziehen zeig an und lege die obersten Zeit auf dein Deck. Jetzt holt er sich eins wieder. Okay. Was hat er denn da? 2, 1. So, so. Dann haue ich den mal weg. Und spiele unseren Held Prisma und aktiviere gleich mal seinen Effekt für Necro Shade. Was? Bin ich blind? Da. Und dann greife ich mal an. Der kriegt da jetzt ein... What? Ah, ich bin mit Scheuer und ich habe Wolkenkratz noch nicht gespielt. Warum sagt denn keiner was? Fuck ey, was für ein Fehler. Die 2, 1 hätte ich jetzt nicht. Das ist so ärgerlich ey. So ein dummer Fehler ey. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. So, ich könnte den spielen, dann kriege ich eins vom Sein nach Tod. Wunderfusion wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ne, also das war jetzt gerade wirklich mein eigener Fehler. Wie stark ist eigentlich Mako-Shade? Kann ich das hier gucken? Zeigen. 2000. Hm, schweiz XYZ. Was haben wir da noch? Hm, hat da gleich einen Doppel-Effekt. Die ihm günstig sind. Spiel für Zeite oder deinem Friedhof. So, dann lege ich den erstmal verdeckt. Ich benutze mal eine Fusion. Oh, ich kann Shining spielen. Das ist natürlich geil. Ein Elemente und ein Lichtmonster. Ich würde am liebsten ja die, die auf dem Friedhof sind, benutzen und nicht den, der liegt, weil ich den als Abwehr haben will. Sonst bin ich nämlich nächste Runde tot. 2-2. Warte mal, Monsterzone und Friedhof. Ist hier ein Lichtmonster dabei? Na, der zum Beispiel. Friedhof, Friedhof, Friedhof. Der soll liegen bleiben. Der kann weg. Ich habe mich gar nicht durchgelesen, was er kann. Okay, es ist nichts passiert. Achso, er kann jetzt einen Effekt aktivieren oder was? Ach, ich fühle mich so eingerostet. Das ist echt so lange her, dass ich mal wieder gespielt hatte. So, jetzt hat er tatsächlich einen abgehangen. Eigentlich ist die Maske gar nicht so gut. Die habe ich nur drinne, um halt ein Monster auf dem Friedhof zu kriegen. Um halt so einen Effekt von Wunderfusionen zusätzliches Monster zu haben. Für eine Beschwerung. Na, greift er mein Verdecktes an? Wäre natürlich doof. Aber Polymerisation wäre auch cool. Das könnte es offenspielen sein. Aber offen ist auch Risiko. Dann hätte ich jetzt 1100 Schaden bekommen und wäre fast tot. Wenn er den da versteckt hätte, dann wäre ich richtig tot. Das ist so ärgerlich, ey. Runde 1, ey. Er hätte 400 Schaden mehr und ich hätte 2000 Leben mehr. Bursty! Bursty! Ich nehme ich Diefen, sondern ich kriege sie dann noch wieder zurück. Boah, wie lange braucht der denn, um seine fucking Karte abzuhängen? Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Zauberkarte dazu. Aber ich könnte die nächste Runde ordentlich Schaden machen. 3000 fast. Sofern das jetzt nicht irgendwas ist, was was zerstört. Aber letztendlich muss ich es probieren. Ich bin gerade ein bisschen von Hustland verwöhnt. Ich wollte gerade Danke drücken. Könnte ich höchstens eins von spielen. Was mir aber eigentlich nichts bringt. Ach scheiße, ich hätte erst angreifen sollen, weil wenn er jetzt wirklich alles zerstört. Gehe ich auf sicher, mache weniger Schaden. Verhindere dafür, dass er eine stärkere Kreatur draussen hat oder vernichte ich ein anderes? 3000 Schaden ist schon verlockend, ja. Er hat tatsächlich nichts. Nochmal. Oh mein Gott. Von deinem Friedhof. Oh mein Gott. Time Lord. Das sieht nicht gut aus. Ich könnte mal sowas wie schwarzes Loch ziehen, wäre ganz praktisch. Schade, hätte ich ihn wirklich letzte Runde mit dem anderen Angriffen, hätte er 3000 Schaden. Nämlich 1100. Durch den Kampf zerstört wird. Huh, ich habe 50 live mehr als er. Töte mal bitte die, ich will ein paar meine Fursionen machen noch. Am besten wäre jetzt der Typ, der Diefenschaden macht. Nein? Genau. Tod krieg ich dann trotzdem nicht. Uh, er hat ne 4000 Euro gespielt, was ist denn da los? Ein Ding looten, was? Was ist denn da los? Alter, was ist denn das für ne Karte, bitteschön? Lol, er kann direkt ne Schadenfeuer sein. Kack, jetzt bin ich wirklich nur gestorben, weil ich die erste Runde verkackt hab. Ansonsten hätte ich die nächste Runde nämlich noch. Ich hätte nur ein Monster spielen müssen. Sparkman oder so. Na, eine Runde mach ich noch. Zweite Runde, zweites Glück. Schade. Jo, ne, hab ich eben ja durch nen blöden Fehler verloren. Oh, Vogelscheuchel jetzt schon auf der Hand ist eigentlich auch cool. Die hebe ich mir mal lieber auf. Alter, was spielt er denn alles? So, ich versuch hier mal zu provozieren. Einer hoffen, um Polymerisation nächste Runde zu ziehen oder ihn wenigstens in den Angriff zu locken. Scheiße, warum hab ich die Vogelscheuchel nicht gespielt? Ey, ich bin echt raus. Merkt's. Kacke ey, das wär's echt gewesen mit der Vogelscheuchel. Dann hätte ich definitiv Fusion gezogen. Alter. So, nicht wahr. 1,9 ist das aber. Das kann man so schlecht lesen. Ich kann nichts tun. Das wäre schön, wenn er keinen anderen spielt. Dass ich den aufhalten kann. Scheiße. Alter, wie oft muss ich denn hier noch meinen Zug beenden? Bestimmt wegen den einzelnen Phasen. Greif mir den, Mann. Schade. Aber wieder nur wegen einem Fehler, den ich am Anfang gemacht hätte. Da hätte ich nämlich die Vogelscheuche am Anfang gespielt, da hätte ich eine Fusion machen können. Da wäre schon ein cooler Held rausgekommen, der die anderen vielleicht hätte umbringen können, bevor er überhaupt so viel Schaden machen könnte. Den hätte ich auf jeden Fall totgekriegt. Aber die Typen mit halbieren, der klappt ja eigentlich immer. Geht natürlich nicht. Schade eigentlich. Verzweiflungsakt. 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 Verzeiflungsakt. Ich hab gar nicht gesagt, dass er den angreifen soll. Naja, egal.